Biesenthal ist eine zum Amt Biesenthal-Barnim gehörige Stadt im Landkreis Barnim in Brandenburg. Geomorphologie Geomorphologisch wurde die Region wesentlich in der Weichselkaltzeit vor etwa 15.000 Jahren geformt. Im Südwesten der Gemeinde ist die glatiale Prägung im Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken anhand vieler Zungenbecken sehen besonders erkennbar. Stadtgliederung Zur Stadt Biesenthal gehört das frühere Dorf Danewitz, das nach Biesenthal eingemeindet wurde und heute Ortsteil ist. Geschichte Von der Entstehung der Siedlung bis zum Ende des 17. Jahrhunderts Der Raum um Biesenthal war bis zum 10. Jahrhunderts slavisches Siedlungsgebiet, das durch die Askanier erobert wurde. Der Ort wurde ursprünglich als Askanierburg gegründet, 1258 als Sitz einer Fugtei erstmals urkundlich erwähnt. Aus dem Jahr 1265 ist eine weitere urkundliche Erwähnung diesmal von einem Pfarrer überliefert. Experten vermuten, dass zu dieser Zeit bereits ein Vorgängerbau der Stadtkirche existierte. Aus dem Jahr 1267 ist eine Heer- und Handelsstraße nach Berlin überliefert. Einen weiteren Aufschwung erlebt die Ansiedlung durch die Anerkennung als Marktort durch den Markgrafen Johann V. I. Am 18. Dezember 1315 In diesem Jahr erhielt sie auch der Stadtrecht. Bereits 1267 wurde von einer Straße über Oderberg in die Uckermark gesprochen. Der Ortsname wurde wahrscheinlich von Siedlern aus der Altmark übernommen. Eine Burg wurde 1337 erstmals urkundlich erwähnt. 1426 sind die Brüder Klaus, Wilke und Otto von Arnim als Burgherren genannt. Den Überlieferungen zufolge handelte es sich um eine Doppelanlage auf zwei Hügeln, die mit einer Brücke untereinander verbunden waren. 1449 hatte Lodike von Arnim seinen Wohnsitz auf der Burg. Die Familie Dera von Armin behielt sie bis in das Jahr 1577 und übernahm auch das Kirchenpatronat. In diesem Jahr erwarb Kurfürst Johann Georg Biesenthal samt Burg, die im Dreißigjährigen Krieg schon sehr schadhaft war. Anfang des 17. Jahrhunderts war sie bis auf die Grundmauern abgetragen. Auf dem Schlossberg befinden sich im 21. Jahrhundert Reste der Grundmauern. Die Wehrmühle Biesenthal wurde 1375 als UR Molle urkundlich erwähnt. In der Nacht vom 23. auf den 24. September brannte es in der Stadt. 20 Häuser und Wohnstellen wurden vernichtet. 1588 gründete sich die Schützengilde. Aus dem Jahr 1595 ist erstmals eine Bürgerliste überliefert. 1632 kam es zu einem Großbrand, bei dem die Stadt bis auf wenige Häuser komplett zerstört wird. Die Burg fiel den Flammen ebenso zum Opfer wie das Archive der Stadt. Anschließend wütet die Pest in Biesenthal. Im Jahre 1671 kamen die ersten Juden in den Ort. Die bis Ende des 17. Jahrhunderts auf 64 Personen gewachsene Gemeinde gründete einen jüdischen Friedhof an der Berliner Schoss E., der mehrfach zerstört wurde. 1672 nahm die Stadt eine Garnison auf, die der Gemeinde einen bescheidenen Wohlstand brachte. 18. und 19. Jahrhundert 1756 vernichtete ein erneuter Stadtbrand Biesenthal bis auf zehn Häuser, die 1764 einem weiteren Brand zum Opfer fielen. Dadurch sind wertvolle Urkunden und Dokumente vernichtet worden. Die verbliebenen Einwohner bauten ihre Häuser in den Jahren 1760 und 1761 neu auf. Drei Jahre später brannte es erneut in der Stadt. Dieses Mal fielen erneut alle Gebäude den Flammen zum Opfer. Lediglich das im 21. Jahrhundert noch vorhandene Haus in der Schulstraße 10 blieb erhalten. 1808 erhielt Biesenthal durch die neue Städteordnung erneut die Selbstverwaltung. 1812 legte die Stadt den Gemeindefriedhof an und eröffnete im Jahr 1837 eine Post. Weiteren Aufschwung brachte die Eröffnung des Bahnanschlusses an die Bahnstrecke Berlin-SZC Cezin am 1. August 1843. Zwei Jahre später löste die Verwaltung das Amt Biesenthal auf. Gleichzeitig führte die Stadt eine Straßenbeleuchtung ein. 1874 konnte die Stadt das neue Rathaus beziehen. Ab 1875 war Biesenthal an ein Telegraphennetz angeschlossen. 1884 übergab die Stadt der Öffentlichkeit einen hölzernen Aussichtsturm auf dem Schlossberg. Ab dem 20. im Jahr 1906 erhielt die Stadt ihr Wappen. Ein Jahr später wurde anstelle des hölzernen Aussichtsturms ein aus Mauerziegeln errichteter Nachfolgebau eingeweiht. Der Kaiser Friedrich Turm. Im Ersten Weltkrieg fielen 129 Bürger Biesenthalts. 1923 bauten die Stadtväter das Rathaus um. Ein Jahr später begannen die Arbeiten für den Stadtpark, die 1926 abgeschlossen werden konnten. In diesem Jahr eröffnete auch das Strandbad am großen Wugensee. In Biesenthal befand sich in den 1940er Jahren eine Außenstelle des KZ Sachsenhausen. Der im Ort angelegte jüdische Friedhof wurde in der NS-Zeit weitestgehend zerstört. Im Jahre 1988 wurden die noch vorhandenen Grabsteine unter einer Eiche aufgestellt und mit einer Tafel unter dem Zeichen des Davidsterns versehen, die an den guten Ort erinnert. Im Jahr 1945, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, besetzte die sowjetische Armee den Ort. In der Folge wurden zahlreiche Archiveilien aus dem Rathaus vernichtet. Mehr als 580 Bürger starben während bzw. an den Folgen des Krieges. 1946 ergab eine Volkszählung 4.165 Einwohner. Die sowjetische Kommandantur übergab die Verwaltung 1947 wieder an die Stadt zurück. Im Auftrag des Amtes für Denkmalpflege erfolgte im Jahr 1952 eine notdürftige Reparatur des Turmes auf dem Schloss Berg. 1958 gründeten sich die ersten LPGS. Im Jahr 1965 feierte Biesenthal sein 650-jähriges Bestehen. Die im 15. Jahrhundert erstmals errichtete Wörmühle stellte 1974 den Mahlbetrieb ein. Am 23. August 2002 brannte sie ab und wurde anschließend teilweise abgerissen. 1978 schlug ein Blitz in den Turm auf dem Schlossberg ein und zerstörte den Dachstuhl. Mit der Wende rückte der Schlossberg wieder in den Fokus der Stadt. Sie gab ein Konzept zur Sanierung des Berges in Auftrag. In den Jahren 1991 und 1992 wurde zunächst das Gelände ohne Berücksichtigung des Turms rekonstruiert. 1993 siedeln die Hoffnungsthaleranstalten in Biesenthal und errichten eine Baumschule sowie ein Wohnheim für Menschen mit Behinderung. 1995 eröffnete die Heimatstube im Alten Rathaus 1998 die Grundschule. Biesenthal unterhält seit 1999 im Rahmen seiner Zugehörigkeit zum Amt Biesenthal eine aktive partnerschaftliche Beziehung mit der polnischen Stadt. Novi Tomisl im 21. Im Jahr 2000 erweitern die Hoffnungsthaleranstalten ihre Werkstätten. Im selben Jahr über gab die Stadt den Bürgern den neu gestalteten Marktplatz. 2001 engagiert sich ein Heimatverein für eine erweiterte touristische Nutzung des Schlossberges und gab ein entsprechendes Konzept in Auftrag. In diesem Jahr begannen auch die Schlossbergfeste. Darnewitz wurde am 26. Oktober 2003 eingemeindet. 2006 pachtete der Heimatverein das Gelände auf dem Schlossberg. Der Turm wurde saniert und am 13. Oktober 2007 der Öffentlichkeit übergeben. Im selben Jahr konnten auch die Sanierungsarbeiten der Bahnhofstraße abgeschlossen werden. 2008 feierte die Gemeinde die 750-Jahr-Feier. Anlässlich dieser Feierlichkeiten ließ die Stadt farbige Kultursteine verlegen, die an historisch bedeutenden, kulturell oder landschaftlich interessanten Stellen in den Boden eingelassen werden. Sie führen beispielsweise zum Lehmhaus in die Schulstraße 10 oder zur Galerie am Rathaus. 2009 konnte die Schulmensa fertiggestellt werden. Zwei Jahre später sind auch die Breite Straße sowie die Fischerstraße saniert. Der Schlossberg wurde unter anderem mit EU-Mittel zu einem Erlebnis Schlossberg-Biesenthal ausgebaut. Mehrere Informationstafeln beschreiben die Geschichte des Ortes. Für Besucher und Reisende des Radfernwegs Berlin-Usedom richtete die Stadt einen Rastplatz ein. Politik Die Stadtverordnetenversammlung von Biesenthal besteht aus 18 Stadtverordneten und dem Bürgermeister. Am 25. Mai 2014 fanden die letzten Kommunalwahlen statt, die zu folgendem Ergebnis führten. André Stahl war seit dem 12. Dezember 2006 ehrenamtlicher Bürgermeister von Biesenthal. Er wurde in der Bürgermeisterwahl vom 25. Mai 2014 mit 74,7 Prozent der gültigen Stimmen für eine weitere Amtszeit von acht Jahren in seinem Amt bestätigt. Nach seiner Bewerbung als hauptamtlicher Bürgermeister von Bernau und seiner Wahl am 28. September 2014 trat er zum 31. Januar 2015 von seinem Amt in Biesenthal zurück. Zu seinem Nachfolger wählte die Biesenthaler Stadtverordnetenversammlung am 5. März 2015 mit 10 von 18 Stimmen Carstenbruch. Er setzte sich damit gegen den Kandidaten Detlef Klicks durch. Wappen Das Wappen wurde am 21. Juli 1994 genehmigt. Blasonierung In Silber eine bezinte und gequaderte rote Burg zwischen deren zwei bezinten, mit spitzen, geschindelten Dächern und je vier schwarzen Fenstern versehenen Türmen ein goldbewährter roter Adler schwebt. Blasonierung Sehenswürdigkeiten und Kultur Sehenswert ist aber der historische Altstadtkern, der seit 1996 schrittweise saniert wird und komplett unter Denkmalschutz steht. In der Grünstraße Ecke August-Bebelstraße wurde 2008 ein Pflasterdenkmal installiert, mit dem auf den Standort der früheren Schäferschmiede hingewiesen wird. Im früheren Café zum Ratskeller dessen Inhaber mit dem Hinweis Stammcafé des Boxweltmeisters Max Schmeling und anderer Prominenter warb, befindet sich heute das Büro des Tourismusvereins Naturpark Banim. Der alte Bahnhof wurde als Kulturbahnhof ausgebaut. Im Jahre 2004 wurde Biesenthal als Naturparkstadt ausgezeichnet. Im Jahr der 750-Jahr-Feier wurde erstmals ein internationales Speedway-Rennen erfolgreich organisiert. Die Umgebung der Stadt bietet viele Wander und Rad zu Möglichkeiten auf den Spuren der Märkischen Eiszeitstraße. Im Ort Mechus, der zum Amtsbereich Biesenthal-Barnim gehört, befindet sich ein touristisches Begegnungszentrum. Bauwerke Die Liste der Baudenkmale in Biesenthal und die Liste der Bodendenkmale in Biesenthal enthalten alle in der Denkmal-Datenbank des Landes Brandenburg eingetragenen Kulturdenkmale der Stadt und ihres Ortsteils Danewitz, Darunter, altes Rathaus ein 1762 zu 1768 erbautes Fachwerkgebäude, an dessen Restaurierung 2003 auch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beteiligt war, neues Rathaus 1874 erbaut, Kaiser Friedrich Turm auf dem Schlossberg auf dem Reste einer ehemaligen Askanierburg aus dem 13. Jahrhundert gefunden wurden. Die Evangelische Stadtkirche ist ein Sakralbau aus dem 13. Jahrhundert. Nach einem schweren Brand im 18. Jahrhundert, bei dem nur der Turm erhalten blieb, baute die Gemeinde das Bauwerk in den Jahren 1762 bis 1766 wieder auf. Im Innenraum befinden sich ein spätbarocker Kanzelalter sowie eine Orgel von Ferdinand Dinse aus dem Jahr 1859. Sie gilt als sein bedeutendstes Werk, Katholische Kirche Sankt, Marien, 1908-09 im französischen Barockstil erbaut. Ältestes Haus in Biesenthal, ein Fachwerkhaus mit schilfroher Dach und der Innschrift SIDEOS PRONOBIS QUIZ CONTRA NOSMD C CVI, Schulstraße 10. Hier werden regelmäßig Lehmbauschnupperkurse gegeben, in denen sich Bauherren über diese umweltfreundliche Bauweise informieren können. Ältest Schul- und Rektorenhaus aus dem Jahre 1812, das 1946 errichtete Ehrenmal für die Opfer des Faschismus an der Bahnhofstraße, in der Nachbarschaft des größeren Kriegerdenkmals für die Gefallenen im deutsch-französischen Krieg 1870-1871 still, Feldsteindorf Schmiede von 1595 und Feldsteinbackhöfen im Ortsteil Danewitz Übersicht Liste der Naturdenkmale in Biesenthal Jubiläumseiche auf dem im Jahr 2000 neu gestalteten Markt vor dem Alten Rathaus Der Baum wurde am 3. Januar 1886 anlässlich des 25. Regierungsjubiläums des Königs von Preußen gepflanzt. Bis in die 1920er Jahre war er von einem schmiedeeisernen Gitter umgeben, großer und kleiner Wugensee. Am großen Wugensee, um den ein Rundweg führt, liegt das 1925 erbaute Strandbad, Wirtschaft, Infrastruktur und Bildung. Die Stadt liegt an der Bundesstraße 2 und der Landesstraße L 294. Biesenthal ist außerdem über die Eisenbahnlinie Berlin-Stettin sowie Berlin-Stralsund erreichbar. Der Bahnhof existiert seit 1843. Der Radfernweg Berlin-Usetum führt durch die Kleinstadt und durch das Biesenthaler Becken. Die Hoffnungsdaler Werkstätten sind eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung und in einer gemeinnützigen GmbH organisiert. Sie betreiben unter anderem eine Baumschule sowie eine Biomolkerei. In Biesenthal gibt es eine Grundschule. Für diesen Schulkomplex wurde ein früher hier vorhandenes Chemiekabinett umgebaut und dient seit kurzem als gemeinsame Mensa. Zum Amtsbereich gehören noch je eine Grundschule in Marienwerder und Grüntal. Ständige Veranstaltungen, Musikfestival Rock in der Eiche, Spielplatzfestival auf dem Spielplatz Waldlicht, wugen sehr fest. Adventskunstmarkt im Kulturbahnhof, Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz, Persönlichkeiten, Söhne und Töchter der Stadt, Ferdinand Dinse Orgelbauer, Fritz Hecke, nationalsozialistischer Literaturfunktionär, Schriftsteller, Jürgen Peke, Geräte Turner. Weitere Persönlichkeiten, die mit der Stadt in Verbindung stehen. Walter Lars, Schiffsbauingenieur, Professor an der TH Berlin, Vorstandsvorsitzender des germanischen Lloyd, Richard Rute, Mitglied der Biesenthaler Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus. Max Schmeling, Boxweltmeister, häufiger Gast im Trainingslager in Biesenthal. Heinz Graf Funder, Stadtarchitekt in Berlin, lebte in Biesenthal. Friedrich Schötschel, Bildhauer, lebt und arbeitet seit 1954 in Biesenthal. Margit Schötschel-Gabriel, Bildhauerin, lebt und arbeitet seit 1954 in Biesenthal. Joachim Zische, Eishockey-Spieler, lebt in Biesenthal. Wolfgang Keu, Informatiker und Hochschullehrer, wohnt in Biesenthal. Ralf Kerbach-Mahler, wohnt in Biesenthal.